Deine kommende 48 Stunden ab jetzt. Deine kommende 48 Stunden ab jetzt. Was erwartet dich? Ja, also du sollst hier wirklich für dich selber, für deine eigenen Bedürfnisse einstehen. Was ist dir wichtig? Also konzentriere dich da drauf. Also ich sehe hier schon, ein bisschen Geduld sollst du schon mitbringen. Also auf jeden Fall sollst du aus dieser gehängten Situation rauskommen. Also auch wenn du jetzt aufgewühlt bist und sagst, naja, weiß ich nicht, wie soll das denn sein? Vielleicht gibt es auch so ein bisschen Ärger für dich. Aber auf jeden Fall, das Geben und Nehmen soll im Einklang sein. Wenn das Geben und Nehmen ist, ist das Wichtigste. Also wenn du zu viel investierst oder zu viel gibst auf jemand, dann sollte auch wirklich was zurückkommen. Vielleicht fühlst du dich in diesen 48 Stunden so ein bisschen, ja, gefangen. Das könnte jetzt der Fall sein. Aber mach dir nichts. Das wird sich ganz, ganz schnell entwickeln. Schneller als gedacht. In eine positive Richtung. Hab eine tolle Zeit. Bis bald.